Annes setzt hier noch zu einem schönen Check an gegen Santeria Lattalo. Immer noch Annes. Und was für ein Save von Koskinen gegen Berchi. Sören Zern und dann vor dem Tor die Scheibe ist nicht der, oder war sie es doch? Was war denn das gerade? Auf der anderen Seite auch etwas Sobkaplon, immer noch O-Mark, Smirnovs und was für ein Save! Simon Ritz, Wahnsinn! Der Scheibenverlust von Dotti. Möglichkeit für Lugano zur Entscheidung! Nein! Was eine Parade von Jumonen. Da staunt selbst der Fazini. Hit wie der Bürgler versucht, Scheibe geht rüber! Und das war jetzt ein unfassbarer Save von Harry Setteri. Da hat er gezeigt, weshalb er zur Crème de la Crème, der Torhüter, gehört. Und jetzt! Das war's. Das war's. Das war's.